Musik Hallo egen meine Freunde, vielen Dank für die Reaktion, ihr habt Steini Neues. Ich war mal wieder in einem Boxbreak-Gründchen. Ja meine Freunde, aktuell komme ich irgendwie aus diesem Schrudel nicht heraus. Ja, Grüße gehen da auch raus an Benji Tabak vor allen Dingen, die mich da immer wieder reintriezen in diese Boxbreaks. Grüße gehen auf jeden Fall raus auch an Danny Solution und Felix aka Schmitti. Wer sonst, könnt ihr alle Kanäle sehr, sehr gerne auch mal auf Social Media abchecken. Die waren alle drin in diesem Video jetzt hier. War wieder mal eine sehr, sehr lustige und auch doch erfolgreiche Runde. All das seht ihr jetzt hier in dem Video. Ich habe mir auch nach langer Zeit mal wieder eine VGA zugelegt. Falls euch das interessiert, teilt mir das sehr, sehr gerne in den Kommentaren mit. Teilt mir auch sehr, sehr gerne in den Kommentaren mit, wie ihr die Karten an sich so fandet, wie ihr das Set so findet. Und ja, würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. In diesem Sinne, bleibt sauber. Gewinnspiel wurde aufgelöst. Also zu den beiden Shining Fates, eh wohl die Promokarten. Sehr, sehr gerne eure Social Media Sachen abchecken. Äh, DMs oder auf YouTube unter dem Video, wo wir das gemacht haben. Und ja, dann bin ich raus und sage viel Spaß mit dem Video. Ey, Schmitty, bei dir sieht es voll aus wie bei, äh, nee, das erinnert mich voll. Hintergrund so. Ja, bei mir ist halt schon vieles weg, ne. Wir ziehen nächste Woche um. Hat sich rausgehört. Genau. Wir haben, äh, wir haben einen Haus-Hits gekriegt. Also eine Doppelhaushälfte, was aber ein bisschen größer ist als ein Doppelhaus. Und da habe ich halt auch endlich Streaming-Killer. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Also 1998, wo wir das Ding, äh, produziert, hier ist es. Boah, 98, Alter, wie alt war ich da, äh? 32. Zwei. Das sind viele Akte. Karten sind drin. Der mit der besten Karte bekommt die zwei anderen schlechten, Ah, nee, da kommt die zwei anderen... Nee, der mit der schlechten bekommt die vom besten. Was? Nein, das ist ja unfair. Dann müssen wir ja scheiße ziehen. Dann müssen wir ja scheiße ziehen. Ja, das fliegen ja. Also die beste Holo bekommt die, äh, derjenige, der bekommt die beiden Holos... Die Holos von anderen. Also drei Holos, gell? Der halt heftig. Also der beste Holo kriegt die beiden anderen Holos von den anderen beiden. Genau, ja. Das ist halt schon hart. Boah, ich habe aber schon Angst, muss ich sagen. Ich bin dabei. Was? Okay, aber ich muss noch kurz, ich muss noch überlegen. Lass mich kurz die erste Holo sehen. Aber ehrlich, wenn sowas passiert, dann ist echt die Scheiße. Oh, ich bin wieder da. Dann habe ich da oben gehört. Ihr wollt wecken, ich bin dabei. Oh, nein, nein. Ein Pack, ne? Ein Pack haben wir gesagt, ne? Aber dann sahnt einer ja auch. Oder wollen wir zwei Zweiergruppen machen? Sonst ist es zu hart. Nein, 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 nein. Einer sahnt ab. Einer sahnt ab. Nein, Troll. Boah, eier. Das ist... Digger, du hast noch eine Rechnung mit dir offen. Du weißt, was für eine Karte ich hier liegen habe. So ein schönes Tour-Talk, ey. Also ich darf nicht wissen, worum es geht. Ein Pack. Wer die beste Karte hat, der beste kriegt die von den Schlechten. Ja, genau. Die Holos. Die Holos. Die beste Holos wird nochmal bedankt quasi. Bleiben die einfach nicht im Raum, er hört alles los. Digga, das Headset ist einfach eine 10, ne? Keine Werbung hier an der Schörner. Die sind immer im Moment mit dem Partner. Ehm, miesen Schweine. Ey, aber Jungs zu viel hab ich gleich schon ein bisschen mehr an. Meine Wunderdüte. Oh, da ist es. 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 Der Dude von Alabastia. Können eigentlich auch... Also kann die nochmal drin sein? Ja, ja. Also ich... Klar, den anderen... Das sind 60 Dinger, ne? Der werden auf Safe-Karten wiederholen. Und das ist eine Trainer-Karte am Ende, ne? Geil, geil. Ja, ja. Im ersten gleich hatte, glaube ich... Einer hatte ein oder zwei Packs erstmal das Glurak-Holo. Im ersten war ich noch mit drin, ne? Perfekt. Erstmal hab ich mir ein saftiges Arcani gegönnt. Boah. Ja, geil. Das Geil ist halt, dass ein Holo drin ist, ne? Was nicht geil ist, dass er eventuell die Karte nie in der Hand haben wird. Boah. Was ist es fast? Dann brauchst du auch mit drin hier, oder was? Ich war auch mit drei Packs drin, gestern bei Fossil. Ja, dann kannst du ja die auch nach oben drauflegen heute, ne? Das ist richtig. In 100 Jahren liegt der noch beim Zoll, Alter. Ah, okay. Guck mal, die ist auf drin! Die ist auf drin! Wie geil! Das ist nice. Geil! Die Karte, die Karte alleine kann dich schon komplett carryen, ne? Ja, ja. Ja, genau. Safe-Dogs. Natürlich. Die Karte ist fast so viel wert wie das Set, was du da gesagt hast. Gegradet halt, ne? Gegradet halt. Ja. Und das sieht ja gut aus. Aber wenn du die drin hast, hast du auf jeden Fall keinen Sprung gemacht. Ja, genau. Das ist eine geile Karte. Lol, nochmal! 3! Alter! Oh, das ist geil, Alter! Mist ist die. Das passt eigentlich. Das Ding ist, einer von uns vier wird halt den bekommen, ne? Das! Oh, die ist leider ich auf Center, ne? Die kann doch trotzdem eine 10 bekommen, ne? Theoretisch. Ne, da weiß ich nicht mehr. Das ist schon sehr arg, ne? Huuuui! AAH! JAWUIIIIIIzers. Jo نہیں! beauty haben sie verzredzt und morgens da war blarste were, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich muss das erste départ, ein Bagger auch sein. Das ist noch das tiefe frontline, das deep laptops. Hoa! Jawohl! наж까. Ich muss einen stark noch mal angucken und da nochmal einen Schein raus? Also Jungs Fuck, wir hatten jetzt rejectsci Cen. Jetztудierte Pakten nimmt. Jetzt sind ausgetauscht! Einfach ein paar Digimon-Karten jetzt dazwischen. Ui! Geil, Alter! Sogar angezogen heute, huh! Aber super nice Karten, sie sind richtig gut aus! Drei Dreh-Karten und ich eine! Ui! Ist geil, ja? Let's go! Noch Misty-Karte, bitte! Zubat! Alter, ist das... Ui! Was ist das denn? Ui! Die Karte sieht nicht schlecht aus eigentlich. Das könnt ihr haben, ja. Der wird ja nicht gewinnen, oder? Nein, unwahrscheinlich. Aber die Karte sieht an und für sich nicht schlecht aus. Ey, das ist so eine der Karten, die ich gerne gehabt hätte, sag ich ehrlich, Mann. Papa, du? Nein. Oh mein Gott, ich werd gefickt. Ui! Scheiße! Scheiße! Die gute Karte muss ich doch noch abgeben. Jetzt einer von uns. Oh! Perfekt! Benji wieder aus. Wer ist der Frosch? Wer ist der Frosch? Ja, Topper! Jawoll! Der Frosch! Benji! Hat da wieder ein Zelt gebaut, eine Buchse, Alter, und ist rausgesprungen aus dem Ding da. Oh mein Gott, Champions League Arena. Oh mein Gott, der Fokus ist gar nicht drauf, Mann! Oh mein Gott, der Fokus ist gar nicht drauf, Mann! Die ist besser, glaub ich, ja. Die ist besser, glaub ich, ja. Nices artwork! Schönes Centering! Spricht! Oh mein Gott! Da ging mal is... Voll! Der Fokus ist Stabak! Oh! Stabak, nein! Fug für die Party! Soll die Hohner! Oh nein! GG, Alter! So wichtig! GG! Die sieht gut aus! Die sieht gut aus! Tabak führt ganz klar, Tabak führt ganz klar. Also PSA 9 ging weg für 120 im Februar. Tabak ist sehr weit vorne eigentlich. Was? PSA 9 im Februar Preisvorschlag, also vielleicht so 110. PSA 9. Also lass es eine 10 vielleicht. Ich habe ja noch einen Weg. Naja, jetzt kannst du dich zurücklehnen. Nächste Woche. Nochmal Misti wahrscheinlich. Du hast mit dem Fett schon noch mal Misti. Ja, einsichern. Was willst? Was willst? Halt! Ich hab gedacht, Alter. Ich hab gedacht. Du bist der Erste mit der Karte. Ja! Oh nein! Oh nein, warum denn jetzt? Du bist der Bereich für die? Alter! Jawoll! Nice, Alter! Okay, ich bin beim nächsten dabei. Wärste drin gewesen, als hättest du Dings. Oh, schön. Du bist der mitgemacht. Oh, die sieht perfekt aus, ne? Alter, so ne neil. Geiß! Jawoll! Was? Was? So, ich weiß. Er lag komplett rein, Alter! Kuss! Kuss! Sehr, sehr geil, Alter. Sehr, sehr geil. Das waren die besten zwei Packs bisher so. Komm! Erste Pack zählt! Auge, 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 Auge! Macht Auge, das macht mich noch stärker. Ich denk Garados, war lange nicht. Wir hatten aber auch sehr lange keine Team Rocket-Holo-Karte. Gib mir Pixi, Alter, Pixi. Pixi war auch nice. Lange kein Garados. Pixi würd ich auch nehmen. Aber Misti erstmal fürs Safe. Ja, Marco, ähm, musst du aber schauen, bei der, bei der US Ebay Sache. Bekomm ich alle Rudos von den Jungs aus dem ersten Bank. Und dass es nicht mehr zielt. Mich abgesagt. Aber ohne Scheiß, egal was jetzt passiert. Der hat einfach schon 10 Packs aufgemacht. Hat wieder echt Bock gemacht, ne? Ja, safe. Safe, ja. Auch die Welt ist anders lustig. Oh, nice. War auch lange nicht mehr drin. Das hat mich, hat er nicht überhaupt schon. Ja, ja, ja. Einmal, glaub ich. Anders selten gewesen. So, jetzt bauen wir für Kera. Misti, Misti. Nein, falsche. Misti, komm. Sieht so geil aus. Gönn. Misti. Hey. Aber Carpador ist Ehre. Carpador, gut. Ah, das ist für Garados. Super. Komm, noch ein Goldini. Jetzt kommt Misti. Jetzt kommt Misti. Jetzt kommt Misti. Jemand schreibt noch, kann man sagen, was... Ehhh, komm. Mach doch Misti. Du willst es doch auch. Ja. Das ist Qualität. Ach komm, ey, die klatschen. Ja, dann schon wieder. Ja. Ja. Boah. Die Serie HIT. Fuck you. Ah. Krang. Nein, die sind die Backlarkings. Jawoll. So, jetzt die Holo noch. Tabak brechen. Nein, nein, nein. Tabak brechen, Tabak brechen. Komm. Mach's denn da. Nee, hör auf. Junge. Keine gute Holo. Keine gute Holo. Mach deine da. Ja, komm, Garados. Eine gute Holo. Ja. 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 400 Euro. Ja. Wie konntest du? Wie? Hab ich grad wieder gesagt, gib mir Pixi? Hat er wieder zugecallt, der Bruder hier. Eifen kaputt. Ah. Der Loser of the day. Dinger, aber ich konnte immer eine Karte vor, der wär cool wär und dann Peng. So, jetzt mach ich nochmal einen. Äh, nochmal Misti. Nochmal Misti. Boah, und beim Garados seh ich mich vom Fenster. Ja, die wollen die haben. Schöne. Schöner Wagen, du welch. Du weißt, du weißt, er zieht sich wahrscheinlich jetzt noch eine Misti. Ah, waren jetzt zu viele Trainerkarten. Ich glaub, kommen keine mehr. Oh, ich hab schon damit gerechnet. Wahrscheinlich einfach eine Karte drin, die noch gar nicht da war. Oh, 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 oh. Ja. Oh, diga. Das ist mir viel mehr frech. Steini. Es kommt Garados. O, Gerdos. Okay, was ist die Letzte, ne? Ja, nehmt er mit. Ah. Wieso nicht die zuerst? Das erste Pick war so geil, das zweite war nicht so. Aber trotzdem, das erste Pick. Ich möchte den Maze erzählen. Oh, die haben Zwirl. Ja, doppeln oder? Ein Dreifache nicht so. Ein Zwirl, ja. Ja, boi. Ja, bist du durch. Zwirl ist da. Schwörn ist da, alt, aber Alter, weiter Also Ladies, schönen Abend noch, Freunde, schönes Wochenende Schau rein, ciao, ciao Wir hören uns Schau Kurzer Nachtrag, am Ende hat tatsächlich Tabak gewonnen Ja, also Tabak kriegt die erste Holo von mir Benji und Solution Schmitti war in dem Ganzen nicht drin, war sein erster Boxbreak Deswegen, ja, GG an Tabak